Ja, so ist ja auch gut. Langsam drückt auch die Blase nach so einer Aufnahmezheit. Ich war zum Glück direkt davor nochmal und hab nicht allzu viel getrunken. Also ich hab, wie vorhin gesagt, mit einer Hand hab ich die Flasche nicht aufbekommen. Hätt mir einen. Oh Mann. Ich buddel mich mal ganz kurz in die Ecke rein. Wenn ich nervös bin, wackele ich immer so mit meinem Fuß und dann... Oh ja, das kenn ich. So, ich trinke jetzt das Stück und halte die Leute für mich. Hallo Leute, ich bin der Frame. Wenn ich meine Moderation mache, weiß ich auch, welche Spiele ich spiele. Mir fällt auf, ich glaub, das ist das erste Projekt, das nicht ich eingeleitet hab auf meinem Kanal. Oh. Ich kann's ja gar nicht mit dem... Upsa, ich hab wieder einen... Das ist jetzt Schaden bekommen. Vorsicht, der Fallschaden, das ist das Problem. Ich bin jetzt so unvorsichtig. Ich guck immer irgendwo anders hin, dann falle ich wieder zwei Blöcke runter oder so. Also, aber bezüglich hier, ähm... Das erste Projekt, das ich nicht selber einleite, das liegt wahrscheinlich dann. Ich hab nach der Zeit noch nicht so viele Projekte auf meinem Kanal, einfach weil ich, ähm... Nicht so viel Zeit habe, einfach. Sondern ich hab eigentlich recht viel Zeit, aber, ähm... Bin halt noch Schüler derzeit. Deswegen auch mit der Schule beschäftigt. Bring eigentlich... Normalerweise ist der Plan ein Video pro Tag bei mir. Ein Video pro Tag? Ja, zwei Projekte, äh... Also, okay. Ich bin auch noch nicht auf der Größe, dass es sich irgendwie lohnen würde, damit irgendwie... So einen Haufen Videos zu machen, um damit noch Klicks zu generieren und Geld zu machen. Ich hab einen Zombie gehört. Ja, den hab ich auch gehört. Ich behaupte einfach mal, ich... Eine ganz gewagte These. Äh, mit 40 Abonnenten lohnt es sich noch nicht, Werbung zu schalten. Ganz gewagte These. Ich dachte so mit 1000 auch nicht. Okay. So, hier ist diese Basis, falls du mir hinterhergelaufen bist. Ich folge dir gerade. Ach, wir sind hier in der Schlucht. Super. Oder bist du in der Schlucht? Ja. Okay, gut. Aber Schlucht ist gefährlich, da können Viecher von oben runter fallen. Wird es schnell wie möglich rausgehen, wenn ich ehrlich bin. Bist du nur runter jetzt? Ja, wieder ein Zombie hier. Da bist du lang, glaube ich, hoffe ich. Komm, ein Gold. Oh. Stell dich mal hin, ich seh dich gerade nicht mehr. Ah, okay. Bist du hier rechts oder links? Ich glaub links direkt. Ja, links. Und da ist nämlich nicht weiter ausgeleuchtet und ich hab dann Zombie gesehen. Oh, wir kommen hier tatsächlich in ein unerkundetes Gefilde. Ich glaub, ich bin einen anderen Weg gegangen als du, aber... Oh ja, hier ist unerkundet, aber ich... Nein, ich seh Eisen. Eisen liegt überall. Eisen brauchen wir auch keine. Ja, ich dachte im ersten Moment, es wäre Gold, deswegen hab ich auch nachgeguckt. Bist du lang? Ich glaub, du bist hier unten rum, kann das sein? Ja. Ja, ja, ja. Hier bist du, glaube ich. Ja. Ja, ja. Bist du? Ich weiß es nicht. Ich lauf gerade in eine andere Richtung. Auf einmal. Okay, hier gibt's einen Knick. Das sieht gut aus. Sehr gut aus. Ja, ich glaub, ich bin bei dir gleich. Du bist direkt durch die Wand durch. Okay. Sehr gut. Komm, gib mir Gold. Gib mir ein bisschen Gold. Ich hab Gold. Hi. Hallo. Guck mal, Gold. Sehr gut. Guck mal, was ich gefunden hab. Äh. Den setzen wir aber nicht ein. Jupp. Ah, hier noch. Das, ja, wollte ich gerade sagen. Wir hatten auch noch mehr. Okay, damit haben wir jetzt 13 Gold. Das heißt, wir brauchen noch drei weitere für den nächsten. Ja. Einfach mal ein bisschen runterbuddeln, oder? Meinst du? Ich guck mich hier nochmal komplett rum. Oh, 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 scheiße, scheiße. Ich hab's vorher noch gesagt. Ich hab's vorher noch gesagt. Scheiße. Scheiße. Kill die Viecher. Extreme Hills, sei vorsichtig. Nein, wir sind im Riverbeam. Ich hör noch mehr. Ähm. Ich nehm unser Gold und unsere Kohle und unseren Ofen und wir gehen weg hier. Komm. Weg. Zurück nach oben. Wollen wir den Enderdrachen nicht besiegen? Du mich auch. Äh, hier reicht's. Wo? Ja, ich war... Ja. Das ist... Wir haben ein Riverbeam und ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Hast du noch Kohle? Ich hab noch... Willst du Fackeln haben? Ja. Ja, warte, ich hab noch ein halbes Stack gerade. Hier, 17 Stück. Ich hab's hier gerade Fackeln. Oh, scheiße. Das bläht sich auf. Aber okay, hier ist, glaub ich, Lava unten. Wird das hier hell? Nein, das sind Fackeln. Ne, da waren wir schon. Wichtig ist, achte vor allem darauf, dass nichts über die... Ich hab ein Skelett. Okay, stopp. Rückzug, rückzug, rückzug. Ich bin ein bisschen weiter schon gelaufen. Ja, ich bin hier... Bist du an der Lava vorbei? Dead End. Ne, ich bin oben hergegangen. Und alles ausgeleuchtet. Wir sind zweimal Lava. Da geht's nicht wirklich weiter. Aber alles voller Eisen, ja. Aber wer braucht Eisen? Wo war dein Skelett? Da weiter, wo ich zugebaut hab. Links lang. Hier. Ja, ich geh kurz hier den Weg, ja. Ja, warte. Dann platziere ich jetzt nochmal den Ofen und putzel weiter. Ja. Das war echt krass, dass wir das gefunden haben. Ja. Machen wir jetzt einfach mal noch ein paar Fackeln. Ich mein, wir haben mehr als genug Kohle. Wie viel Schaden hast du dadurch bekommen? Ein halbes Herz. Ein halbes Herz, oder? Ja, okay. Den anderen geht's... Kaden hat Leben verloren. Kaden ist... Unterm halben Leben ist es gut. Kaden ist ungefähr so ein bisschen mit mir auf einem Niveau. Riasta auch. Hast du auch gesagt? Riasta? Ja, Riasta Child. Riasta Child. Ja, ich weiß nicht, wie die Namen aussprochen werden. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Riasta Child. Achso, ja, okay, das ergibt Sinn. Lass mich, wir haben 2 Uhr nachts. Hast du noch mehr Fackeln? Ich hab gerade neue gemacht. Wie viel Kohle hast du nur noch? Keine mehr, oder? Nee, gar keine mehr. Dann mach ich gerade mal den Rest zu Kohle. Warte, ich geb dir mal lieber hier das Gold. Ja, den Rest. Oh Gott. Das macht einen fertig. Also das Meetup wird ja mal richtig krass. Ich glaube, da werden wir so richtig verkacken. Och, positiv denken. Wir haben keine Tränke. Ich mach die mal reingang weg. Wir haben keinen einzigen Diamanten gefunden, weil wir einfach so ein Pech haben. Wir haben einen goldenen Apfel. Ist ja schon. Der wird ausreichend. Der wird ausreichend. Also okay, Ziel in den letzten 20 Minuten noch 3 Gold zu finden. Ja. Ich hab jetzt noch einen Apfel und damit mit 3 weiteren Goldbarren können wir uns noch ein weiteres Ding machen. Und im Idealfall noch irgendwie 2 Diamanten oder sowas für ein Schwert. Ja, genau. Aber ich würd sagen, wenn wir Diamanten finden, wir heben uns dann noch so lange auf, bis wir, ähm, wirklich Ding sind, bis wir wirklich, ähm, 2 Minuten verschussen oder sowas sind. Du sei vorsichtig. Au. Kommst du klar? Hol deinen Bogen raus. Warte, ich komm von der Seite. Ich hätt mir zu viel Hits gegeben. Ist down, aber okay. Das war richtig dumm von mir gespielt. Das war richtig gut. Immerhin sind wir jetzt auf einem Niveau. Das war richtig doof. Lass dich jetzt nicht von dem Skelett umbringen. Bitte. Das hat mich fast in die Lava gedrückt. Das war das Problem. Ich glaub, ich hab grad nochmal ein Skelett gehört. Ich baue grad mal hinter uns zu. Ich glaub, ich hab das vorhin schon mal gefragt. Aber wie sieht's denn aus? Werden wir später geportet oder müssen wir laufen? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hab auch keine Ahnung über Regeln oder so. Ich frag mal nach. Ich glaub, dass Dallocard und Co. das machen werden. Hm? Dallocard, also Team Pink. Ja, ich tippe auch auf Team Pink, aber ich hoffe, ja. Also das... Laufen? Ja, okay. Müssen wir halt gucken. Also, ich hoffe... Also das Beste für uns... Ich sag's mal so. Ach so, ja doch laufen. Team Grün und Team Grau sind erstmal kein Problem, weil die alleine sind. Natürlich müssen wir auch mit denen vorsichtig sein, aber die können wir ausschalten, theoretisch. Das Beste, was uns derzeit passieren kann, ist, dass Team Pink und Team Gelb aufeinandertreffen. Ja. Wär natürlich schön. Darauf müssen wir grad einfach hoffen. Ja. Weil ich... Weil ich... Ich bin... Ich... Oder wir müssen sagen, wenn wir aufeinandertreffen... Ich weiß nicht, wie das dann aussieht. Wir müssen halt hoffen, dass die dann als erstes aufeinander gehen. Und das werde ich auch... Vermute ich auch, wenn ich ehrlich bin. Beziehungsweise, ich denke mal, ähm... Also, ich würd's so machen. Äh, Karten, also Grün und Grau, wo jeweils noch einer ist. Karten und Feature, oder wie die... Wie auch immer das aussprechen wird, sollten, denke ich, am ehesten... Erstmal zusammenarbeiten, sag ich mal. Weil sie beide alleine sind nur noch. Ja. Das wär für die am sinnvollsten, wenn sie dann jetzt sagen, wenn... Wenn's zum PvP kommt, nicht sich gegenseitig aufs Maul hauen, weil dann wird keiner überleben. Sondern am ehesten auf eins von den starken Teams. Wo wir einfach mal hoffen, dass sich eins von den anderen beiden aussucht. Ja, genau. Dass Karten irgendwie jetzt in Team Pink reinrennt und... Ja. Aber am geilsten wär's ja eigentlich, wenn Karten in Team Pink reinrennt, äh... Feature in Team Gelb und sich dann Pink und Gelb nochmal aufs Maul hauen, sodass am Ende nur noch einer übrig ist. Genau, und dann sterben sie irgendwie noch an Lava oder so und wir überleben. Ja, ohne uns einzumischen am besten. Ja. Das wär so awesome, wenn das passiert. Aber achte aufs Abbauen wieder. Wir sind zwar jetzt im Planes-Biom. Ich weiß nicht, wo die Extreme Hills hier sind. Ich sehe kein Gold. Wo sind wir denn jetzt gerade? 41, okay. Ich überlege gerade. Ich glaube, es hieß, ähm... Wenn die Dinger spawnen, die, ähm... Mein Name ist schon nicht eigentlich. Silberfische? Ja. Dann sollte man auf einer Y-Ebene bleiben, weil die dann nicht anfangen, sich zu bewegen. Hab ich... Glaube ich. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Hab mir ein Kumpel erzählt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob's stimmt. Aber ich glaube, es hat sogar funktioniert, als ich mal ausprobiert hab. Weil vorhin waren die auch recht ruhig, als ich dann... Also hab ich erst mal nicht bewegt, weil ich, äh, stehen geblieben bin erst mal. Und hier ist Gravel. Y-Ebene heißt ja eigentlich hoch runter. Hä? Y-Ebene. Ja, ja. Ah, Moment, ist das Zeit? Ah, jetzt hab ich sie dann. Okay. Hol mich ja auch nochmal runter. Wollen wir, dass wir noch Gold finden und vielleicht noch irgendein bisschen... Bisschen Leben zusammenführen. Ah, weißt du? Ich mein, ich hab mich ja schon so ein bisschen vorbereitet. Aber ich hab ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, so lange zu überleben. Sonst hätte ich vorher noch was gegessen. Ich mein, ich hab hier im Zanzukobrötchen liegen, so ein kleines, aber das will ich jetzt auch nicht unbedingt mitten in der Aufnahme essen. Von daher... Ja, ich glaub, alle Leute können das verstehen hier. Ja, das passt schon. Wir jahrelang sitzen. Ja. Zwei Stunden. Und den Kampf um unseres Lebens beschreiten. Es ist schon eine Wahnsinnsaufgabe. Oh nein, ich seh mir gar nicht auf. Ernsthaft jetzt? Na, ich wollte ein bisschen stu. Okay, das wär jetzt natürlich bitter gewesen. Und am besten ist wieder mittendrin die Festplatte ausgegangen und niemand sieht, wie wir überlebt haben, weil Radha schon so früh raus ist. Genau, genau. Das wär so bitter, wenn das täglich passieren würde. Alles weg. Jawohl, Team Grau ist raus. Ich hab ein Skelett gefunden. Okay, Top 4. Nächstes Ziel, Treppchen. Ja und ja, ich werde das jedes Mal ansagen. Brauchst du Hilfe? Ja, dann schwitzt es dann. Okay. Diesmal konnte ich rechtzeitig handeln. Ich mach mir mal kurz neue Werkzeuge. Ach, ich hab schon eine Schraufel, seh ich gerade. Ein Antiskelettplan einleiten. Es wird Eisen. Ich muss direkt liegen. Äh. Kennst du diesen Blick um die Ecke, wenn man irgendwo nach Rohstoffen sucht? Ja, ja. Brauch, Oculus wirft. Ja, hier ist auch nix. Ich seh aktuell nur deinen Namen. Das ist natürlich richtig geil. Also okay. Oh, hier ist Lava. Wo bist du? Direkt neben dir. Hier. Ah, doch, weil dann... Jetzt gibt's keins... Pass auf, da kommt gleich Lava unten. Also hier war gerade Lava. Achso, ich musste wieder hochbuddeln. Stimmt. Jetzt darf ich ja nicht weiter runterbuddeln. Jetzt will ich mich gerade ausbuddeln. Ja, das Meetup schon, sobald es mach ich mir einfach ein Diamant schwer. Nee, ich würd noch warten. Ja. Vielleicht können wir ja noch entschaden. Ich mein, genug Sachen für ein Buch haben wir. Was heißt, ich mach... Hast du jetzt ein Ding gecraftet? Nein, nein, nein. Okay. Kannst du mir irgendwie einen Raum kurz in die Wand schlagen? Kein Werkzeug mehr. Wie? Ja, ich will hier einfach nur irgendwo eine Werkbahn platzieren, ohne dass sie im Weg steht. Ich hab keine Spitzhecke gerade. Das ist schön. Achso, gib mir mal kurz Eisen, bitte. Wie? Drei. Spitzhecke halt. Okay. So, dann bullde ich mich weiter runter. Dann crafte ich jetzt einfach ein Buch und schmeiß den Rest weg, was das angehört. Dann hab ich nämlich wieder mehr Platz. Nach drei Stunden, äh, zwei Stunden, 15 Minuten, äh, 45 Minuten sogar, erst Diamant gefunden. Das muss man erst mal schaffen. Wir haben ja, es geht ja nur zwei Stunden und nicht drei, wie... Eine Stunde, fünf Minuten. Ja. Ursprünglich hieß es ja drei Stunden. Hab ich mich auch eigentlich drauf eingestellt, aber da wär ich ja verhungert, also bis, bis dahin. Hm.